Norddeutscher Rundfunk 2021 Ist das hier? Jawohl. Sie wollen aber nicht mal reden? Ich will mal reden. Die Frauen sind mal eine Zeit lang am Bildschirm, da wollen sie schon reden. Es ist unglaublich, diese Energie, die Begeisterung und die Intensität, wir haben daran geglaubt. An was hat er geglaubt? An die Revolution. Wir waren überzeugt, dass wir die Revolution jetzt anfangen. Und zwar nicht morgen oder übermorgen, sondern jetzt, sofort. Und das ist genau darum, wieso ich meinen Job so unglaublich gerne mache. Ich bin Präsidentin einer Organisation voller Leute, die genau das glauben. Dieser Glauben kann genau solche Sachen bewegen. Aber dafür muss er freigelassen werden. Ich habe das jetzt alles hinter mir, während du willst. Ich bin voll der Bino. Aber weisst du, du bist jetzt die, die das vorhin überwinden. Wir sind dran. Wir sind weit dran. Die 28-jährige Tamara Funicello und die 74-jährige André Valentin kämpfen beide für die Rechte der Frauen. Ich bin immer noch ein Rebell. André Valentin seit 1968. Ich bin plötzlich 24 Jahre alt. Ich bin wieder 24 Jahre alt. Und sehe all die Aktionen, was da alles für eine Energie freigesetzt worden ist. Wir möchten versuchen, den Frauen zum Bewusstsein zu bringen, dass sie in einer unterdrückten Stellung leben. Wie ich aufgewachsen bin? Ja, in einer Familie, in einer multikulturellen Familie schon mal. Mein Vater war Franzose und meine Mutter Tessinerei. Sie haben sich getroffen in Genf. Mein Vater war Musiker. Er war Solo-Oboisch im Tonalenorchester. Das heisst, sie lebten in Zürich und da kam ich auf die Welt. Zürich in den 40er, 50er Jahren, selbst auch in den 60er Jahren, war ein tristischer Ort. Ein Ort, der sehr konservativ und einengend, habe ich das Gefühl. Ich habe gemerkt, dass meine Mutter so gefangen war, war zwischen mir und meiner Schwester an den Papi zu schauen. Die Künstler sind ja nicht gerade so einfach. Und dass sie eigentlich nicht wirklich auf ihre Kosten gekommen ist, mit all dem, was sie hatte, ihren Fähigkeiten. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Es muss doch etwas anderes geben als nur das. Und ich war auch sehr lebendig und immer sehr neugierig. Und von Anfang an war mir eigentlich klar, ich will die Welt erobern, ich will leben, ich will das Leben in den verschiedensten Dimensionen erleben und nicht nur als Ehefrau. Aber auch aktiv an der Gesellschaft teilnehmen und meinen Beitrag leisten. Tamara Funicello leistet ihren Beitrag als Präsidentin der Jungsozialisten der Schweiz. Für ihr Studium hat sie im Moment keine Zeit. Als Vollblutpolitikerin geht ihre ganze Energie in den Kampf für eine gerechtere Welt. Feminismus ist für mich die emanzipatorische Bewegung, die alle Menschen von Machtstrukturen befreien, die sich dazu zwingen, sich nicht frei zu verhalten. Sie wächst mit ihrem jüngeren Bruder in einem linken Haushalt auf. Den Grossteil ihrer Kindheit verbringen sie auf Sardinien, der Heimat ihres Vaters. Ein freies Leben mit viel Zeit zum Spielen und Lesen. Es war sehr weit weg von irgendwas. Es war sehr schön. Es war sehr mitten im Nichts. Und der nächste Kaffee ist etwa ... ... drei Kilometer entfernt. Das war schon sehr klein. Also sehr, sehr ländlich. In Sardinien war es einfach klar, dass wir einfach zu zweit aus den einzigen Kindern sein. Dann musste man es entweder gut haben oder gar nicht. Wir haben so viel gestritten. Wir haben so viel gestritten. Aber es war Zeitbetrieb. Aber ich glaube, wirklich nicht gern hatten wir uns nie, obwohl wir immer gestritten haben. Noch fünf Minuten konnten wir gestritten haben. Zwei Minuten später hatten wir uns wieder gern. Ihre Eltern sind stark in sozialen Bewegungen engagiert und diskutieren sehr viel mit ihren Kindern. Gerechtigkeit war so etwas sehr grundlegendes, das wir eigentlich mitbekommen haben. Die junge André Valentin erreicht, was sie will. Sie studiert zuerst Wirtschaft und dann Geschichte und Soziologie. Aber vor dem Abschluss kommt ihr das Leben dazwischen. Ja, ich kam von vielen Sachen ab, weil Mai 68, weil dann die 68er Bewegung gekommen ist. Und das hat alles über den Haufen gerührt. Unter dem Pflaster liegt der Strand, also suchen wir den Strand. Das ist wichtig. Dann brach ich das Studium abgebrochen. Nachdem ich so wahnsinnig viele verschiedene Schritte gemacht habe, um in diese viele EIS-Fakultäte reinzukommen, habe ich mich dann ganz total der politischen Bewegung gewidmet. Im Historischen Museum in Bern begegnen die beiden Frauen sich zum ersten Mal, in einer Ausstellung über den Aufbruch von 1968. Schau mal, das ist lustig. Und solche Lampen, die hat es bei uns Gottlob nicht gegeben, aber ich kenne sie. Das ist jetzt eine, ich würde sagen, eine gut bürgerliche Ausstattung, so wie sie in dieser Zeit sein konnten. Hat es bei ihr zu Hause so ausgesehen? Nein, ein bisschen raffiniert schon. Ein bisschen raffiniert? Die Farben auch, die Gedeckten. Das ist noch interessant. Willkommen in der Speiserhöhle. In der Gesellschaft der 60er Jahre haben alle ihren Platz. Ein Bleistift, Vreni? Der Generationenunterschied von heute zu heute ist sicher riesig. Man kann sich das fast nicht mehr vorstellen, in den 50er, 60er Jahren, wie konform die Gesellschaft war, wie vorgesehen das Leben vom Einzelnen war als Frau. Man geht in die Schule, allerdings nicht gleich ins Gymnasium. Man macht vielleicht eine kurze Ausbildung, man heiratet, dann arbeitet man nicht mehr, dann hat man Kinder und so geht es dann weiter. Es war alles sehr genau vorgesehen, sehr vorbestimmt. Und 1968 ist Sex vor der Ehe ein Tabu. Paare dürfen nur verheiratet zusammenleben. Es gilt ein Konkubinatsverbot. Abtreibung ist strafbar. Wollen Frauen einem Beruf nachgehen, müssen sie die Ehemänner um Erlaubnis bitten. Und sie haben politisch keine Stimme. Die Schweizer Frauen teilen vor Wahllokalen das Schicksal mit den Hunden. Dieser Zustand wird bei weitem nicht von allen, aber von vielen Schweizerinnen als entwürdigend empfunden. Und was sagen die Deutschschweizer Männer, die im Schatten des Bundeshauses zu Bern ihren Geschäften nachgehen? Äh, darf ich fragen, was halten Sie vom Frauenstimmrecht? Ich bin dagegen. Warum? Die Frau gehört ins Haus. Sie soll Mutter sein und fertig. Die Frauen haben anderes zu tun. Den Haushalt besorgen und Kinder schauen. Ich glaube, es ist besser, wenn es nicht so weit kommt. Das Pech ihrer politischen Niederlagen verbrennen die Schweizerinnen an alljährlichen Fackelzügen. Es ist ein Schweigemarsch fürs Mitreden dürfen. Und vielleicht werden die Männer irgendwann von der grosszügigen Einsicht heimgesucht, dass sie lange genug allein gefackelt haben. Da hat es dann neben dem Verband der Frauen für das Frauenstimmrecken. Und die haben dann in dem Schauspielhaus haben sie dann die 75 Jahre Jubiläum gefeiert. Und da haben wir Frauen eine Aktion gemacht. André Valentin ist Präsidentin der fortschrittlichen Studenten Zürich, FSZ. In dieser Funktion stürmt sie mit anderen Frauen die Bühne und ergreift das Mikrofon. Meine Damen, Sie sind heute hierher gekommen, um sich Reden anzuhören, um zu feiern. Schön. Aber wir fragen uns, wozu diese Feiern mit Musik und Bankett. Wissen wir nicht, dass das Jubilieren den Blick auf unsere wirkliche Situation verdeckt? Wir sollten nicht jubilieren, sondern protestieren und diskutieren. Machen wir einen Anfang, lassen wir die obligate Musik beiseite, die Diskussion ist eröffnet. Und wie haben Sie reagiert? Ja, das war ein Skandal. Das war ein absoluter Skandal. Ich war hier auf der Bühne, am Mikrofon. Sie haben zuerst gar nicht verstanden, was los ist. Das ist doch keine Art, eigentlich plötzlich so hereinzukommen. Ich freue mich schon über Ihr Votum. Aber ich gehe hier mit ganz gut. Das ist eine Veranstaltung, die geschlossen ist. Meine Damen, meine Damen, ich begreife das nicht. Wenn man Diskussionen fordert, wird uns mit der Polizei gedroht. Was sind das für Zustände? Ist das nicht berechtigt, dass wir miteinander diskutieren, wenn wir schon einmal zusammensitzen? Und dann hat das Orchester eingesetzt. Und dann ist die Veranstaltung weitergegangen. Und am Schluss bin ich wieder auf der Bühne und dann haben wir angefangen zu diskutieren. Und aus dem ist dann Frauenbefreiungsbewegung entstanden. So cool. Also voll Aktivismus. Das heisst du gar nicht. Aktivismus hoch. Das ist dann ... Das steht wirklich, das ist der Gründungsmoment. Der Gründungsmoment. Der Gründungsmoment, ja genau. Wir haben gefunden, dass das Stimmrecht okay ist. Das ist eine Grundbedingung. Es hat ein Menschenrecht für jeden Menschen. Das Stimmrecht. Und das hat es noch nicht gegeben. Aber unsere Forderungen sind natürlich viel weitergegangen als das Frauenstimmrecht. Wie steht es mit der Ausbildung der Frauen? Während jeder heranwachsende Mann eine Berufsausbildung genießt, bleiben zwei Drittel der Frauen ungelernt. Wie steht es mit den himmelschreienden Ungerechtigkeiten in der Entlöhnung gleichwertiger Arbeit? Wie steht es mit der zivilrechtlichen Gleichstellung im Vermögens- und Eherecht? Wahrscheinlich kennen viele nicht einmal die verstaubten Paragraphen, die da sagen, dass die Frau, um einen Beruf auszuüben, der Genehmigung des Ehemannes bedarf, dass der Ehemann Haupt der Gemeinschaft sei. Mit den Protestaktionen im Schauspielhaus und auf der Straße befinden sich die Jugendlichen in der Schweiz in guter Gesellschaft. In Deutschland und Frankreich verlangen junge Menschen nach sozialer Gerechtigkeit und persönlicher Freiheit. Sie stellen Autoritäten in Frage. Dafür nehmen sie Konfrontationen in Kauf. Politisch, wie man international sehen, war die Gesellschaft sehr stark vom Kalten Krieg geprägt, von diesem bipolaren System, USA gegen die Sowjetunion. Das bedeutet auch, dass Antikommunismus sehr stark verbreitet war. Das war auch ein weiterer Konformitätsdruck, den es gegeben hat, wie man politisch zu denken hat. Reformen sind wie 1968 eigentlich in der Luft gelegen. In Frankreich gelingt es, grosse Massen zu mobilisieren. Die Ideale sind von männlichen, kommunistischen Ikonen beeinflusst. Und in Deutschland schadet man sich um Studentenführer Rudi Dutschke. Die Internationale erkennt das Menschenrecht. Ich denke schon, dass die Zeitzeugen-Generation 1968 etwas mythologisiert. Man gehört jetzt relativ wenig Negatives, ausser von denen, die politisch die Zeiten gewechselt haben. Die gibt es ja auch, und dort ist es naheliegend. Aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass gewisse Ansichten von den 68ern propagiert worden sind. Heute könnten sie stärker in Frage stellen. Z.B. die Heldenverehrung, also immer die Plakate mit Mao oder Ho Chi Minh. Das wird relativ wenig reflektiert, denke ich, von dieser 68er-Generation. Es muss mit der Zeit eben Leute geben, die halt ein wenig zu ihrer Sache stehen. Und wenn sie genug solidarisch sind mit anderen, das heisst, wenn man genügend in Basis vorhanden ist, und es gibt 1'000 Leute in einer Stadt, 1'000 junge Leute, 2'000, 3'000, dann können sie nicht mehr so viel Macht geben. Viele Studenten nervt der Aktivismus ihrer Kollegen. Ja, ja, es ist ein wenig zumutig. Wirklich jeden Tag zwei oder mehr Flugplätze. In der Schweiz sind es gar nicht so viele, die auf die Strasse gehen, aber sie sind ausdauernd laut und oft kreativ. Das wiederum ist interessant für die Medien und entsprechend häufig wird berichtet. Länderverbindend für die Demonstrierenden ist die lautmalerische Verehrung des vietnamesischen Revolutionärs Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh! 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 Ho Chi Minh. Ho Chi Minh! Ich denke, dass ohne den Vietnamkrieg, und was das ausgelöst hat bei uns, bei unserer Jugend, also von uns allen, in Amerika vor allem natürlich, mit der Wehrdienstverweigerung und so, und die ganze antikapitalistische Kampagne, wir nie die Bewegung hatten, wie wir sie hatten. Das war wirklich ein wahnsinnig wichtiger Moment. Die Medien haben insofern eine wichtige Rolle gespielt, als sie wichtige Multiplikatoren waren. Das erste globale Ereignis, kann man sagen, das wirklich bis in die Stuben der Leute eintrungen ist übers Fernsehen. Also sagen wir mal, das war früher nicht so. Oder im Zweiten Weltkrieg oder so. Dort hatte noch praktisch niemand den Fernseher. Oder hat es noch nicht einmal gegeben? In den USA betrauern die Menschen ihre Opfer. Der Krieg in Vietnam erscheint mehr und mehr sinnlos. Eine riesige Friedensbewegung entsteht. Und sie schwappt auf Europa über. Auch in der Schweiz gehen landesweit Menschen gegen den Vietnamkrieg auf die Strasse. Das ist eben das, was unserer Zeit vielleicht auch fehlt. Der Syrienkrieg hat nicht zu dieser Reaktion zu kommen. Ja, genau. Das wollte ich dir fragen. Was ist eigentlich mit dem Syrienkrieg? Das ist so ein grausamer Krieg. So ein grauenhafter Krieg, wenn ich Bilder sehe. Da bricht es mir ein Herz. Und ich fühle mich total hilflos gegenüber dem. Und denke, warum hat es überhaupt keine Mobilisierung gegeben? Ich glaube nicht, dass es keine Mobilisierung gab. Ganz viele Leute haben gehandelt, aber sehr individuell. Es gab so viele Leute, die sich für Flüchtende einsetzen, die auf eigene Kosten ihre Zeit hergeben und auf Griechenland zu unterstützen und so weiter. Aber der Punkt ist, oder was wir als Problem haben, ist, dass wir natürlich demonstrieren gehen, natürlich machen wir das. Aber ganz viele Leute haben das Gefühl, es nützt einfach nichts mehr. Und darum finde ich es so schön, dass wir hier sind. Weil man aufzeigt, es hat etwas bewegt. Es hat etwas bewegt. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Die Bewegung 1968 zielt auf althergebrachte Strukturen in der Gesellschaft. Denn materiell geht es aufwärts. Wirtschaftlich ist es den meisten Schweizerinnen und Schweizer sehr gut gegangen. So gut wie noch nie. Und es ist am Ende des Monats auch geldfahrig geblieben, wo man z.B. in die Freizeit stecken konnte. Zum Beispiel zum Platten kaufen, zum Radio kaufen. So Sachen, das war alles erstmalig. Und die Generation, die um die Zeit des Zweiten Weltkriegs geboren wurde, und eben dann die 68er geworden sind, sehr stark geprägt. Und es hat sich sehr stark auch unterschieden in der Lebenswelt, in der Lebenserfahrung von ihren Eltern. Die Rolling Stones kommen nach Zürich. Sie spielen eine Musik, die für Aufbruch und Ungehorsam steht. Die Rolling Stones waren die Bad Boys. Bad Bad Boys. Bad Bad Boys, ja. Bad Bad Boys. Und ich muss sagen, dass I Can't Get No Satisfaction war. Das war einfach der Hit, der alles ausgedrückt hat, was man sich damals als Stimmung hatte. Und ich war natürlich dann am Konzert. In der Schweiz? Ja, im Hallenstadion, dem legendären Konzert. Und ich kann mich nur erinnern, dass das ein Hexenkessel war. Und eine Energie, unglaubliche Energie. Und ein Lebensgefühl, wie man es halt sonst nicht hat. Ja. Aber wir reden ja davon, dass die Krawall sind. Ja, natürlich. Die Rolling Stones hatten damals ein sehr schlechtes Image. Drogen und Verhaftungen, bla bla. Und so weiter. Das heisst, das war natürlich für die Polizei und für den Brawi-Bürgen ein gefährliches Konzert. Das war so eine starke Energie. Und es kam dann folgerichtig zu einem Krawall. Ein zweites Konzert im folgenden Jahr lässt die 68er-Bewegung wirklich in der Schweiz ankommen. Am sog. Monster-Konzert tritt Jimi Hendrix auf und elektrisiert wiederum die Massen. Auch hier folgen Auseinandersetzungen. Wenige Wochen darauf kommt es im Juni 68 zu den Globus-Krawallen, an denen es zwischen Jugendlichen und Polizisten definitiv eskaliert. Das Gebäude vom Globus ist damals leer gestanden, weil der Globus umgezogen ist. Und es ist schon länger eine Forderung im Raum gestanden, der Stadt gegenüber ein Jugendzentrum zu haben. Man wollte ein autonomes Jugendzentrum. Und dann sind wir auf der Strasse deswegen. Und wir haben den Globus besetzt. Und du warst dabei? Ich war dabei, ja. Weil das war eine grosse Demonstration, die letztlich zu riesigen Krawallen geführt hat, zu diesen berühmten Globus-Krawallen. Das war, ich denke, die extremste Auseinandersetzung in dieser Zeit zwischen der Polizei, den Behörden und den Autonomen. Zauhen! 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 Viele suchen auch weniger laut nach neuen Lebensformen. Kommunen sind das, wovor die Eltern ihre Kinder warnen. Es geht den Jungen darum, gesellschaftliche Normen aufzubrechen und neue Formen des Zusammenlebens auszuprobieren. Ich würde den Einfluss der 68er und 68erinnen hoch ansetzen. Im politischen weniger. 68er war ganz klar keine politische Revolution. Aber in der gesellschaftlichen Revolution war es sicher, dass sich Dinge verändert haben oder dass man sich Dinge neu erlauben konnte, die dann so geblieben ist, die man nicht mehr rückgängig machen konnte. Auch Paare suchen nach neuen Lebensmodellen, fern der Kleinfamilie. Die Gruppe gibt mir als Ehefrau unter anderem die Möglichkeit, mich von dieser Frauenrolle zu distanzieren, die man von der Gesellschaft aufgezwungen wird. Ich glaube, dass in der heutigen traditionellen Kleinfamilie die Frau sich nicht eigentlich recht entfällt, dass sie noch viel mehr Kreatives unter anderem bieten könnte, was verloren geht. Und die vielen Impulse, die wir von den anderen bekommen, sehe ich nur fruchtbar für eine Zweubeziehung. Ich sehe auch viele Vorteile darin, dass wir in einer Gemeinschaft leben als Ehefrau. Wir lernen eben, dass wir das, was wir praktizieren, z.B. in Zweierbeziehung, eine Frage stellen können. Dass wir uns immer wieder fragen müssen, wie viel Sinn hat das und in welcher Form es gültig. Ein weiterer Vorteil sehe ich darin, dass dadurch, dass wir mit anderen zusammenleben und anderen nachstehen, uns jedes Mal wieder frei entscheiden müssen. Oder eventuell auch gegeneinander. Die Frauen haben innerhalb der 68er-Bewegung recht schnell gemerkt, dass sich eigentlich in Bezug auf sie selber nicht viel ändert. Die 68er-Bewegung hatte ja sehr radikale Forderungen, radikale politische Forderungen. Sie wollten Gesellschaft verändern, sie wollten Klassenkampf betreiben. Und die Frauen haben relativ schnell gemerkt, dass das im Vordergrund steht. Und sie haben gemerkt, dass ihre Rolle, die ihnen zugedenkt worden ist, von diesen 68er-Mannen immer noch die gleiche ist. Also Schreibarbeiten erledigen, Sekretariatsjobs erledigen. Und dann haben sie sich eigentlich aufgelehnt und gesagt, nein, für uns ist zwar der Klassenkampf und die Veränderung der Gesellschaft auch wichtig, aber was wir in erster Linie wollen, ist eine andere, eine Besserstellung der Frau. Immer mehr Frauen reagieren auf diesen Missstand. Wir haben uns schon geschätzt als Teilnehmer an Demos. Aber wir hatten natürlich unseren Platz, und zwar ganz unten. Sehr selten konnten wir schreiben und schon gar nicht zu Frauen fragen. Z.B. hat kein einziger Mann von den 68ern das fehlende Frauenstimmrecht angeprangt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das gelesen oder gehört habe. Ihnen wird klar, sie müssen sich selber wehren. Sie schliessen sich zur Frauenbefreiungsbewegung FBB zusammen. André Valentin ist eine von ihnen. Frau Valentin, Sie haben mit einigen Freundinnen die Frauenbefreiungsbewegung gegründet. Von was wollen Sie die Frauen befreien? Wir möchten versuchen, den Frauen zum Bewusstsein zu bringen, dass sie in einer unterdrückten Stellung leben. Ganz konkret, wie stellen Sie sich Ihre Aktionen eigentlich vor? Ja, wir müssen unterscheiden zwischen provokativen Aktionen und Aktionen, die mit Inhalt gefüllt sind. Die provokativen Aktionen, darunter verstehe ich z.B. eine Aktion, in der man eine Ausstellung besetzt, eine Ausstellung über die Frau, die die traditionellen Vorstellungen der Frau weitervermittelt. Dass man die Aktion einfach macht, die Ausstellung besetzt mit dem Ziel, die Ausstellung zu schliessen. Das hat eine Schockwirkung auf die Öffentlichkeit. Ah, da bin ich ja. Lustig. Ich glaube, ich stand damals genau aus dem gleichen Grund mit dem Mikrofon da gestanden wie Tamara Hütz. Nur unter anderen Bedingungen. Aber es ging um die gleichen Forderungen. Ich wollte, dass die Frauen die gleichen gesellschaftlichen Möglichkeiten wie die Männer. Aber nicht unbedingt, dass sie den Männer nachmachen, sondern dass sie ihre frauenspezifischen Anliegen wirklich einbringen können und auch gehört werden. Ich kann mich erinnern, dass kurz nach der Gründung der FBB, nach der Schauspielhaus-Aktion, haben wir sehr schnell postuliert, wenn nicht sogar im Schauspielhaus selber, dass wir einen Marsch auf Bern machen wollen, um unsere Forderungen einzubringen. Und das ging nicht nur um das Stimmrecht, sondern allgemein um die Situation der Frau in der Schweiz. Wir Schweizerinnen hier auf dem Bundesplatz fordern das volle Stimm- und Wahlrecht auf eidgenössischer und kantonaler Ebene. Die Gleichstellung der Geschlechter ist eine wichtige Voraussetzung für die Verwirklichung der Menschenrechte. Sie haben Vertrauen mit den Frauen. Frauenrecht, Menschenrecht. Jetzt eine ganz realistische Lösung. Steuern, zahlen, aber auch an die Wahlen. Alle miteinander. Steuern, zahlen, aber auch an die Wahlen. Die jungen Frauen entdecken das Megafon und stören weitere Anlässe. Zum Missfallen ihrer Vorkämpferinnen für das Frauenstimmrecht. Einerseits konnte man auf sich aufmerksam machen. Das war quasi der positive Aspekt. Sonst wäre das vielleicht gar nicht in der Zeitung gekommen, aber so haben sie natürlich alle darauf gestürzt. Auf der anderen Seite haben sie sicher riskiert, dass man schockiert ist, dass man das ablehnt. Dass man dann eben nicht nur die Aktionsform ablehnt, sondern auch die Forderung, die dahinter steckt. Tamara Funicello greift wieder auf die Mittel der 68erinnen zurück und scheut sich nicht regelmässig zu provozieren. Wir haben uns letztes Jahr mit fünf Juso-Frauen in Anlehnung an eure Bewegung ausgezogen und haben die BH verbrannt, um genau solche Erwartungen zu entgegenzustellen. Und genau zu sagen, wir seht uns zwar, ihr könnt alles, was ihr wollt, wir seht uns zwar, ihr seid alle frei zu machen, was ihr wollt, in unserer super individualisierten Welt. Und dann haben wir das gemacht, um aufzusehen, was dann passiert. Das Resultat war, dass das Foto und die Kommentare dazu zwei Monate lang, jeden Tag, waren in den Medien. Wir haben Vergewaltigungstrauungen und Mordtrauungen bekommen. Wir haben wirklich die ganzen Zeitungen verfolgt. Darf man jetzt das? Soll man jetzt das? Haben sie sich jetzt erniedrigt? Haben sie der Frau eine Sache von der Frau gedient? Haben sie ihnen geschadet? Erniedrigen? Der Sache der Frau schaden? Realität ist, junge Frauen sollen sich heute an solchen Frauenbildern orientieren. So wird es in Castingshows und in den sozialen Medien vermittelt. Da muten die Misswahlen mit ihren Klischees von dünnen und braven Frauen geradezu harmlos an. Justina Toril-Riedere! Ich finde, es ist etwas, das eine Tradition und eine Geschichte in der Schweiz in der Schweiz hat und vor allem als Karriereleiter. So wie ich es erlebt habe, haben viele Schweizer Freude an einer Miss Schweiz. Ich denke, es geht zu der Schweiz nicht. Ich finde es auch sehr harmlos. Es schadet ja niemandem und darum ist es doch etwas Schönes. Misswahlen gibt es in der Schweiz seit den frühen 60er Jahren. Die FBB-Frauen reagieren 1968 kreativ darauf. Als wir dann angerufen und gesagt haben, Annabelle macht auf einem Schiff eine Schönheitskonkurrenz, das ist ja furchtbar. Dann werden die Frauen wieder in so ein Rollenverhältnis gegangen. Du gehst dorthin und versuchst, das zu sprengen, also einen Bewusstseinsprozess in Gang zu bringen. Dann ging ich dort brav mit einem verrückten Kleid und habe dann wahrscheinlich wegen dem Kleid den dritten Preis gemacht. Ich habe dann geschumpfen über die Schönheitskonkurrenz und wie das ist, wie man sich wie eine Kuh vorkommt. Und am Schluss ist mir dann so spontan herausgerutscht. Der Preis, den ich gewonnen habe, war ein Kleid der Modissa. Der wird öffentlich versteigert auf der Riviera, wie vom Select. Und das Geld geht an einen Antibabypillenautomat von Melvi. Antibabypillen sind ein sehr wichtiger Faktor in der sexuellen Emanzipation der Frau. Denn so ist sie unabhängig von ihrer biologischen Konstitution, kann sie ihr Lebensprogramm einteilen, wie sie will. Sie ist auch nicht mehr an ihre Konstitution gebunden. Sie muss nicht monogam sein. Sie kann schlafen, mit wem sie will und so. Antibabypillen. Das war natürlich Befreiung schlechthin. Ich kann mich erinnern. Ich bin zum Frauenarzt und der sagte, ich müsste unbedingt etwas haben, um zu verhüten, weil ich das nicht mitmachen möchte. Ich möchte auch keine Kinder haben momentan. Dann drückte Romand und sagte, es gibt ein neues Verhütungsmittel. Pillen. Dann sagte ich, okay. Sofort. Die will ich. Ich war so stolz, dass ich in die Schule ging und die Pillenschachtel auf mein Pult anhatte. Und alle Frauen sind gekommen. Dann sagte ich, was ist das? Dann sagte ich, das ist die Pillen. Was ist die Pillen? Ja, um zu verhüten. Das hat uns befreit. Eine sexuelle Revolution hat sicher stattgefunden. Vor allem in dem Sinne, dass Frauen viel selbstbestimmter über den eigenen Körper und die eigene Sexualität bestimmen können. Heutzutage. Dass Frauen auch stärker experimentiert haben. Dass man sich auch von diesen klaren Vorstellungen gelöst hat, wie Sex sein muss. Dass man da eigene Sachen ausprobiert hat. Also die Entdeckung der Klitoris zum Beispiel, da wurde auch darüber gesprochen. Vor 68 Jahren war das sicher auch in viel kleineren Mass der Fall. Und in diesem Sinne, ja, ist sicher Sex oder eine sexuelle Beziehung heute sehr anders als in den 60er Jahren. Das Spekulum, zum Beispiel Spekulum. Ganz wichtig. Wir haben uns selber untersucht. Sogar. Wir haben uns in die Vagina geschaut. Wir wollten unseren Körper erkunden. Kennen. Kennen lernen. Kennen lernen, genau. Und das war ein ganz wichtiger Prozess. Ich bin dann vom Kopf endlich mal in den Körper wirklich rein, ja? Und habe angefangen, meinen Körper auch mehr zu respektieren. Ja, und anders war es dann. Und auch aufpassen auf meinen Körper mehr, ja? Das hat dann eine Bedeutung bekommen. Der Körper ist mein Tempel, sagen Sie. Die scrautes Lärten sind sie auch immer. Ich habe ihn zwei Jahre alt gemacht. Die sighs nicht, ich habe ihn einen Angriff. Ich habe ihn schon begleitet. Ich habe die Sitz- und Wörterin sein. Sie stehen im 감사 des Wörters unabhängig. Ich habe auch die Sitzender und heute machen. Und ich habe auch die Sitzende. Und wie hat man es noch eine gute Zeit gehabt haben? Und was ist eigentlich mit eurer Sexualität in dieser Generation? Ja, von eurer Generation. Hey, unsere Generation ist so ... Wir sind die erste Internet-Porno-Generation. Oh my God! Ja, es ist nicht nur lustig, muss ich sagen. Und zwar, weil ... Es ist halt schon krass, was dir alles mitgeben wird. Und was für Vorstellungen auch herrschen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man über das auch redet und über das diskutiert. I know you want it. I know you want it. I know you want it. Und du glaubst, dass eure Generation sexuell, sagen wir, freier ist als z.B. euch? Nein, nein. Wir wachsen auf mit einem Bild, wie der Sex funktioniert, der mega klar ist, mega gewalttätig, mega penisorientiert und mega heftig. Das ist das ... Mit dem wachsen wir auf. Wie ist das mit den Gefühlen? Vielleicht habe ich dir auf diese Antwort in 50 Jahren gegeben. Im Moment weiss ich es noch nicht. Ich glaube, dass ... Es gibt heute Apps, wo du dich mit Menschen treffen kannst, einfach nur, um Sex zu haben. Das gibt es. Die Möglichkeit hat man. Das ist absolut kein Problem. Du hast die Möglichkeit, irgendjemanden anzuschreiben, zu sagen, in 20 Min. dort und dann hast du Sex. Die Frage ist immer, wer es alles auslebt. Das ist genau das Gleiche wie bei euch. Was mir aber Sorgen macht, sind die Bilder von Sexualität und die Bilder von Liebe, die einem so eingepflanzt werden. Das, was man das Gefühl hat, was man machen sollte, ohne dass man weiss, dass ich das gerne möchte. Das ging offenbar auch anderen 68erinnen so. In den wenigen Wochen Kommune, die ich erlebt habe, hatte jeder sein Zimmer. Abends stellte sich immer die Frage, wer schläft bei wem. Paare waren verboten. Jeder sollte mit jedem Schlafen, in jedem Sex haben. Für mich war das nichts. Geredet haben wir nächtelang, oder? Glaubt haben wir es nicht. Wir waren einfach immer noch verhaftet in dieser bürgerlichen Sexualmoral. Das ist sehr kopfig, wenn man will, gelöst worden. Man darf nicht mehr eiversüchtig sein, jeder schläft mit jedem und es gibt keinen Besitz mehr. Aber Psyche wurde nicht berücksichtigt, wie eigentlich eine Psyche funktioniert. Und dass man nicht einfach per Dekret sagen kann, jetzt sind wir nicht mehr eiversüchtig, jetzt gibt es keinen Besitz mehr, und dann funktioniert. Und es gab viele Leiden auch in dieser Zeit der freien Sexualität. Und Frauen sind sich doch auch sehr oft missbraucht vorgekommen. Missbraucht vorgekommen. Oder brucht, sagen wir mal brucht. Und deswegen mussten wir Frauen eine Frauenecke haben. In diesem Sinne. Das ist genau das, was wir heute wieder fordern. Das ist die Generation wahrscheinlich zwischen dir und meiner Generation, die gesagt hat, das brauchen wir nicht. Und das Resultat ist, dass wir kaum noch Frauennetzwerke haben in diesem Land, die funktionieren. Wir haben kaum noch Solidarität oder kaum noch einfach weniger Frauensolidarität. Und wir fordern das wieder. Wir Frauen wieder Frauenräume. Wir wollen das wieder, uns zurückziehen, zusammenkommen. Und ich glaube, es war absolut der richtige Ansatz. Die Frauenbefreiungsbewegung mietet in den 70er-Jahren Räume, zu denen ausschliesslich Frauenzutritt haben. Hier können sie sich im geschützten Rahmen austauschen und beraten lassen. Etwa in Sachen Schwangerschaftsabbruch. Abtreiben ist immer noch verboten. Mein Bauch gehört mir, lautet die Devise. Ihre neuen Lebensformen und gesellschaftlichen Errungenschaften wollen die Frauen auch gesetzlich verankert haben. Sie wurden jetzt nicht in der 70er-Jahren-Mehrheit und konnten alles politisch durchsetzen, sondern das waren sehr langlebige Zeichenprozesse. Fristenlösung schlussendlich auch, aber auch Mutterschaftsentschädigung. Immerhin. Im Februar 1971 eine gute Nachricht. Einige Monate später ziehen die ersten Frauen ins Bundesparlament ein. im Jahr 2021 wird mit dem Gleichstellungsartikel die Gleichberechtigung von Frau und Mann in der Schweizerischen Verfassung verankert. Die rechtliche Macht des Mannes über seine Frau soll ein Ende haben. Darum ist ein neues Eherecht geplant. Widerstand kommt von rechts. Wir glauben nicht, dass das Schweizer Volk dieses ehe- und familienfeindliche Gesetz, das Ehe und Familie völlig umkrempeln will, annehmen wird. Noch immer hallt die alte Melodie in vielen Köpfen nach. Das haben uns unsere Eltern gelehrt. Die Frau gehört an den häuslichen Herd. Der Mann ist's, der die Frau ernährt. Die Frau gehört an den häuslichen Herd. Trotzdem tritt 1988 das neue Eherecht in Kraft. Allerdings erst 20 Jahre, nachdem André Valentin dies in ihrer Rede im Schauspielhaus gefordert hatte. Ab jetzt sind Frau und Mann vom Gesetz her gleichberechtigt. Ich denke, es ist viel passiert, wenn ich sehe, was junge Frauen mit was für einer Selbstverständlichkeit bestimmte Sachen einfordern, auch beruflich oder so, oder was sie für Berufslaufbahnen einschlägt. Da kann ich nur träumen davon. Ich war schon glücklich, dass ich mich aus dem Elternhaus und dem Schicksal – Frau, Kind, Mann – entgegengestimmt habe und meinen eigenen Weg gegangen bin. Ihr Weg führt sie über Italien, Deutschland und Frankreich bis heute ins Tessin, dem Herkunftsort ihrer Mutter. Immer lebt sie in Kommunen oder alleine, nie in einer Kleinfamilie. Alle meine Entscheidungen habe ich nicht erzwungen über eine intellektuelle Reflexion, sondern das Leben hat mir immer Begegnungen organisiert. Aus diesen Beziehungsgeflechten, weil ich mitten im Leben stand und mich dem nicht verweigerte, ist dann mein Weg entstanden. Und wenn ich zurück schaue, hat das eine gewisse Logik alles. 1972 wird sie ungeplant schwanger und entscheidet sich für ihr Kind. Vater ist ein italienischer Genosse, aber sie zieht ihren Sohn mit einem anderen Mann auf. Nach ein paar Jahren führt ihr spiritueller Weg alle drei für mehrere Jahre nach Indien zu einem Guru. Heute lebt ihr erwachsener Sohn mit Frau und Kind in Berlin. Hallo. So. Jetzt ist sie 74, Grossmutter und lebt seit ein paar Monaten in einer Hausgemeinschaft, zusammen mit ehemaligen Weggefährten aus Indien, einem Paar. Marco war der Super-Hippie. Als wir uns kennengelernt haben, wir hatten beide kein Geld, aber wir waren beide irgendwie super happy. Ja genau, ein Leben in der Unsicherheit. Living in security und irgendwie. André und Marco waren früher auch einmal ein Paar. Wir waren mal zusammen. Es war intensiv. Jetzt sind wir beste Freunde. Best friends. Warum es jetzt anders ist, die Hormone treiben uns nicht mehr so. Verstehst du? Diese Eifersucht und all das, das war natürlich in der Zeit, wo die Hormone auch sehr aktiv waren, in alle Richtungen. Wir haben das ausgelebt. Es war auch richtig so, finde ich. Die letzten Jahre hat André alleine in Frankreich gelebt und es genossen. Das hat sich jetzt geändert. Irgendwann mal reicht's mit dem Alleinsein. Und es gibt so viele Menschen, Singles, alt oder jung, die alleine sind. Da ist Einsamkeit. Und es gibt ja furchtbare Berichte, wo die Leute dann tot sind. Und so möchte ich nicht enden. So wie sie ziehen sich viele aktive Kämpferinnen von 1968, wenn sie älter werden, auf den inneren oder spirituellen Weg zurück. In den 80er Jahren schliessen Frauenbuchläden und andere Frauenräume wieder. Die FBB löst sich 1989 auf. 1991 dann ein erneutes Aufbäumen. Es kommt zum grossen nationalen Frauenstreik, weil zehn Jahre nach dem Gleichstellungsartikel die Gleichberechtigung im Alltag nicht umgesetzt ist. in den 90ern. Dennoch. Viele halten die Probleme für gelöst. Gleichstellungsbüros werden infrage gestellt. Es ist so, dass die Demanzipation, die das Büro verursacht hat, heute weitgehend abgeschlossen ist. Viele junge Frauen sehen das heute anders und nehmen den Kampf gegen Ungleichheit und Diskriminierung der Frauen wieder auf. Juso-Präsidentin Funicello hat Feminismus gross auf ihre Fahnen geschrieben. Ich glaube, Feminismus ist ein Weg. Ich glaube, Feminismus ist nie ganz das Ende. Und dass Frauen am meisten leiden über Sexismus, das liegt wie auf der Hand. Ich glaube, Feminismus ist nicht so. Tamara Funicello nimmt sich ihre Vorkämpferinnen von 1968 zum Vorbild. Sie mobilisiert und provoziert. Ich rede einfach so, wie mir die Schnurr gewachsen ist. Das habe ich schon immer gemacht. Ich muss nicht unbedingt hässliche Sachen schön sagen, sondern ich sage sie genau so, wie ich das gerne möchte. Zu sagen, was ist, bleibt die revolutionäre Tat. Das ist mein Spruch. Sie will junge Frauen und Männer dazu bringen, den Kampf gegen Diskriminierung gemeinsam aufzunehmen. Wenn ich mir vorstelle, mit welcher Frechheit ich nachher stehen und Forderungen stellen kann, das konnte man vorher nicht. Das ist eine Freiheit, die uns gegeben wird. Nichtsdestotrotz werde ich, genau weil ich eine Frau bin, nach wie vor viel mehr angefeindet als meine männlichen Kollegen. Ich werde nach wie vor viel anderes in Szene gesetzt, diskutiert usw. Auf einer ganz anderen Ebene. Und all die Frauen, die sagen, ich bin missbraucht worden, ich bin Opfer von sexueller Berechtigung, ist ja eigentlich ein Thema, das heute wieder unglaublich aktuell ist. Absolut. 2016 rückt die Diskriminierung wieder ins öffentliche Bewusstsein. Der Grund? Der heute amtierende amerikanische Präsident äussert sich in skandalöse Abschätzigkeit über Frauen. Weltweit gehen Menschen auf die Strasse, auch in Zürich mobilisieren sich wieder mehrere tausend Frauen und Männer. Das gab es seit den 90er Jahren nicht mehr. Und ein Jahr später ist es wieder eine Öffentlichmachung von Machtmissbrauch in den USA, die der Bewegung Schub verleiht. Der Filmproduzent Tarvi Weinstein soll Schauspielerinnen belästigt haben. Auch Vergewaltigungsvorwürfe werden laut. Dies tritt die MeToo-Bewegung in den sozialen Medien los. Unzählige Frauen machen sexuelle Belästigung im Alltag öffentlich. Auch in der Schweiz. Machtverhältnisse sind die gleichen. Und das heisst, wir müssen weitermachen. Es hat noch nie herrschende Kraft, Ihre Macht freiwillig abzugeben. Es ist noch nie passiert, es wird noch nie passieren. Feminismus heisst, immer einen Schritt zu weit zu gehen. Ich glaube, eine andere wichtige Frage ist, ich sehe ja, dass die Männer auch Opfer von dem ganzen Druck und ihrem Rollenverhalten und all dem, was ihnen aufgezwungen wurde. Sie leiden auch darunter. Absolut. Das heisst, es ist wirklich ... Eigentlich, Mann und Frau sollten wirklich diese Sachen hinterfragen. Es ist eine Sache von Bewusstseinswandel. Ohne Bewusstsein über etwas kann sich nichts wandeln. Damals wie heute ist die Familie der Ort, wo dieser Wandel beginnen muss. Sobald Kinder kommen, ist es mit der Gleichberechtigung oft vorbei. So steht beispielsweise Schweizer Männern bis heute kein Vaterschaftsurlaub zu. Und Männer reduzieren selten ihr Arbeitspensum, nachdem sie Väter geworden sind. Trotz Gleichstellungsgesetz verdienen Frauen bis heute weniger als Männer. Und in den Geschäftsleitungen grosser Schweizer Unternehmen sind gerade einmal 7 % Frauen. Die 68er-Frauen haben die Gesellschaft verändert. Jetzt gilt es, sie gemeinsam mit den Männern weiterzudenken. Was willst du, die vor 50 Jahren in der feministischen Bewegung aktiv war, uns auf eine neue feministische Bewegung mit auf den Weg gehen? Aus meiner Erfahrung Never give up. Fight. Wirklich nicht aufgeben. Wenn du irgendetwas wirklich spürst als Frau und du willst das machen, dann geh dafür. Trotz der Hindernisse, trotz der Schwierigkeiten, lass dich nicht ermutigen und versuch andere Frauen zu finden, die genauso denken wie du und mit denen du, die du dich von ihnen verstanden und unterstützt fühlst. Und das bildet eine Kraft, die uns weiterbringen wird. Wenn Zeremo es würde sagen. Wenn Zeremo. Genau. Sehr gut. Baby Bräily 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 Es.